Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft minigames wieder mit dabei ist der liebe didon die ich gerade hier nicht irgendwo finde ich bin hier oben und jetzt hier unten und ja wieder aus meiner sicht vom vanpage und wir spielen jetzt rage mode auf der map hijacket ja sind wir ein bisschen gespannt ne oh es fängt jetzt schon an naja ja und ich pack sehr schön herum ist sehr gut eine sehr gute voraussetzung mal gucken wie die runde wird das hat geschützt aber ich wurde erstmal gekillt sehr gut weil so boom 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 naja ich hab dir voll getroffen kann über die wahre jetzt einfach zweiter doch nicht ach boah was sind das hier schon wieder für wichser ja das verstehen die schon wenn ich mal den kill er ist das glaubst du ja auch nicht das gibt's doch nicht doch bei holland ihr alter guckt mich nur ganz kurz an wohnen tot klar ja ist ja süßig leuern jetzt haben sie sich im ernst gegenseitig gekillt und ich habe gar keinen gekriegt sehr gut oder bist du wo ich hab'n kill leck mich am arsch ich wurde gedemütigt ob ich headphones kann ich mir auch das war jetzt nicht so gut ach und dann zeigen wir einer den kill auch und dann kommt einer von ihnen ab dann sagt wo ich werde gehen nur gekillt als der hama der 2 5 oder so ich habe ein 6 als hat er vor allem die heute noch endlich wieder ein Kälter ja genau der gucke ich ganz kurz angebildet oder was nach Scheiße da hat ich fast die Strecke was und ich jetzt gestorben bitte 38 ist ganz schön scheiße ja das stimmt ich werfe und es passiert einfach mal gar nichts ich hab drei sech drei sechsech da haben wir nur trug erst mal sehr gut aber genüht ist und statt bis die ganze jetzt ist jetzt zu spät weil die runde vorbei ist und ja ich bin vor derzeit das war jetzt nicht so gut und die donne ist okay du musst jetzt warten bis er jetzt wiederkommt ich hoffe für euch ist die musik im hintergrund nicht zu laut extra davon noch mal getestet aber sollte eigentlich nicht zu laut sein aber komm die dorne wo bleibst du okay wenn er jetzt nicht gleich kommt dann setze ich in karten die dritte die dritte nachkommen so was ich noch sagen wollte ich wollte mich entschuldigen für das schlechte aiming in diesen rage mode modus ich habe ja schon mal erwähnt dass ich nicht so der pc gamer bin ich bin eher so der konsolen gamer gerade was fifa betrifft und so und call of duty ja und da ist er ja wieder ich habe ihm gerade schon wieder gesagt wenn jetzt nicht gleich ich komme zu machen kann ich habe so lange geradet ja geradet geradet geredet geradet und nicht richtig sehr schönes wort okay dann ich gehe mal wieder eine lobby rein und dann können wir nächste runde machen das zwei und die counter strike map aber hallo ey das tom schaffelt aber ein faker 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 Ich weiß nicht. 20 Sekunden. Hallo? Nein! Das heißt, oh nein. Ich verkehrt jedes Mal bei diesem einen Sprung hier, ey. Jedes verdammte Mal. Das ist ein Witz. Ich sehe nicht schon. Doch. Mach mich traurig. Mach mich traurig, Mama. Okay. Ein Like, ein Mitleid. Nein, Spaß. Ein Like, ein... Ich habe nicht vergessen. Wehe. Mach Spaß. Ich so, wir können so 10 Likes einfach mal. LOL. Alter, dann dreht der sich genau in diesem Moment um. Kann ja wohl nicht wahr sein. Er hat mich da gedemütigt. Alter, du hast... Du hast Triple Kill. Ja klar. Mach bei dir. Lebe de... So ein Gedemütig. Oh, zum Glück habe ich den auch noch gekillt, ey. Bier zur Plücke. Ich gehe voll kaputt auf, ey. Was, der alte... Okay, der hat... Dieser Scheiß-Boast-Spammer, ey. Die gehen wir so auf den Sack. Ey. Ich muss nicht in Ruhe. Na, du bist auch einer von denen. Was? Ich gehe voll kaputt haben. Ich gehe voll kaputt haben. Rüff, ich bin in Ruhe. Ich bin in Ruhe. Scheiße. weg scheiße reaktionen sind so wie tote katze wie kann man denn so schnell wie ist noch gekriegt dieser kollektor 3 scheinen und weg und weg und weg alter ich habe triple kill hallo so ich war mal groß gemütet habe ich gleich gemerkt hat ich habe gerade voll den lauf wo bist du kollege nirgends wo lass mich in ruhe neu weiter dir oh shit wo bist du ich bin direkt hinter dir mama so weck dich weck dich weck dich weck dich lol jetzt wurde ich auch wieder weg gemacht ja ach man warum bin ich nicht ein bisschen schneller geremütigt naja ich richtig so naja klar immer alter 1411 als kd nicht schlecht lol ich habe 1412 5 naja ist gut ok mal weiter wo heute noch richtig guten lauf ist ich habe noch mal die 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 ein 1712, nice Keine Antwort, okay Was? Ich habe ihm nicht zugehört Ich hätte gerade 1712, jetzt habe ich 1713 Ah, gut Ich bin gedemütigt 7 Hast du es gerade? Nein Wo bist du Kollege? So Ja Okay, war gerade ein bisschen Bow Spam, aber ich kann Hast du mich gekillt? Ja, ich habe dich gekillt Ich merke das gar nicht immer, wenn du mich killst Okay Ach wow, dann habe ich daneben geworfen Ja, das wird nichts Kollege Alter, du bist so ein scheiß Bow Spammer War Was? Alter Junge, Junge Nein Nein, der töte Der töte mich noch, ey, durch die schnellen Explosionsradius, ey Das gibt es nicht Ja, richtig Ach komm, ey Ich habe 2316, Alter Das ist ein bisschen viel Oh Oh Ja, ich habe dich noch mitgetötet Ich habe dich noch mitgetötet Ey, Leute, wir waren das im Back Ich habe 2518 Nein Oh, ich bin, ich glaube ich habe besser, als du so Alter, du warst Zweiter, ich war Dritter Oh Ey, hallo, willst du auf Treppchen, ja? Wenn ich bitten darf Okay, wir sind jetzt bei 12 Minuten, war es das jetzt, oder? Ja, das reicht Ja, okay Ja, okay, ich mache jetzt diesmal die Abmoderation, okay? Ja Wir hoffen, euch hat das Video gefallen Lasst einen Daumen hoch da Schreibt in den Kommis, was wir besser machen können oder auch nicht Oder lasst allgemeine Bewertungen da Ja, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Ciao